und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem kanal erklärungsnot zu einem neuen news video über sunken land ja diese news kommt ein bisschen später von unserer seite aber ihr wisst wie es ist die schönen weihnachtsfeiertage da ist das uns nicht aufgefallen dass am 21 dezember noch mal etwas über das große neue update gezeigt wurde aber wir holen das natürlich jetzt noch und gucken uns stück für stück an was sie uns denn jetzt zu dem im neuen jahr angekündigten großen update neues sorgen können große update neuigkeit und steam awards nominierung ihr seht schon die waren auch nominiert ja also vielen dank dafür wer da auch alles abgestimmt hat fantastische neuigkeiten wir haben das finale in der besser mit freunden nominierung erreicht alles dank euch euer beitrag zu sanken land war unglaublich während wir uns der nächsten runde nähern benötigen wir ihre unterstützung umso mehr sie ist entscheidend und macht einen echten unterschied klicken sie oben auf abstimmungen button dies wäre eine unglaubliche errungenschaft für sanken land und würde die stärke unserer gemeinschaft zeigen ja ich weiß gar nicht ob die steam awards sind glaube ich jetzt schon durch also da bringt es jetzt bei uns in dem fall natürlich nichts mehr aber natürlich schön dass die damit vertreten wurden und jetzt kommen wir zu dem was uns natürlich viel mehr interessiert was ist denn im kommenden update drin was sehen wir hier schon auch auf die bilder und da gehen wir mal ein bisschen drauf ein so dedizierter surfer wir haben dedizierte surfer für das spiel eingeführt sie können dieses kostenlose tool herunterladen in ihren eigenen dedizierten surfer einrichten wo immer sie auch möchten das ist schon mal wie gesagt sehr gut denn jeder kennt das hat man auch schon ein paar mal angesprochen wenn der harladin nicht online ist und uns auf sein zu oder auf den surfer einlädt kann keiner von uns darauf zugreifen so habt ihr die möglichkeit einfach einen surfer zu erstellen und wer dann halt die möglich und möglichkeiten hat und die berechtigungen kann je nachdem wer zeit hat einfach mal drauf zeugen ein bisschen was formen das ist definitiv wahrscheinlich das wichtigste was endlich mal auch sein musste verbessertes spielbalance wir haben daran gearbeitet das spiel durch eine neubalance der gesamtprogression flüssiger zu machen wir haben auch die technologie stufen und die benötigten materialien für den fortschritt klar gestellt und um er unerwartete technologische springe zu vermeiden das ist wahrscheinlich dann halt diese wie gesagt diese fortschrittsbank technologie bank wo ihr halt diese verschiedenen stufen habt da gab es vielleicht das eine oder andere problemchen die waffen montage wir haben ein neues system für die waffen montage eingeführt bei dem sie kaputte waffen recyceln müssen um komponenten wie läufe magazine und kolben zu erhalten die sie dann zum zusammenbau neuer schusswaffen verwenden können bitte beachten sie dass dieses feature noch experimentell ist und sich in zukunft weiterentwickeln wird genau das haben wir ja schon mal in einem video auch angesprochen dass wir das eigentlich ziemlich cool fänden dass in so einem ja wie soll man denn sagen med max ähnlichen setting natürlich auch waffen einfach das wäre halt schön als wir genau das haben wir angesprochen man muss das recyceln und bekommt halt der lauf ist noch gut dann schraubt man den ab bei dem anderen ist halt das visier noch gut dann schraubt man den ab und bekommt halt so seine eigene zusammengebaute waffe aus verschiedenen sachen und dann haben natürlich auch die recycelten oder die kaputten waffen sage ich mal den sinn dass man die halt recyceln muss auf der welt finden und daraus halt die noch zu gewinnenden komponenten entnehmen kann also das ist auf jeden fall eine sehr gute sache und da können wir uns auch mal das bild im groß angucken da seht ihr dann zum beispiel ja halt die verschiedenen komponenten hier oben den lauf griff visier magazin und dann könnt ihr euch halt das ding so ein bisschen zusammenstellen das auf jeden fall eine geile sache das haben wir uns auch gewünscht denn das ist halt dieses med max ding du findest irgendwie eine halbe knarre und kannst daraus was nehmen und auf einer anderen sache wieder drauf bauen hier sehen wir es halt auch mit einem visier zum beispiel entschuldigung dann gehen wir einfach mal zum nächsten die verbesserte unter unterwasserbiom entdecken sie die unterwasserwelt mit optisch unterschiedlicheren biomen unsere neue vulkanregion ist ein beispiel dafür sie bietet ein einzigartiges visuelles erlebnis und liefert wertvolle materialien wie schwefel dies ist der beginnende unsere bemühungen die erkundung zu verbessern und die bühne für zukünftige zukünftige geschichten über lieferungen und rätsel zu bereiten und auch das hatten wir ja schon angesprochen und ich glaube das stand auch schon bei uns in den kommentaren also die community und natürlich auch wir haben uns gewünscht dass die unterwasserwelt einfach interessanter wird und wir sehen jetzt hier schon zum beispiel dieses magma feld mit diesen kleinen sagen wir mal wie sagt man unter wasser vulkanen und dieser lava straße oder magma straße das sieht auf alle fälle schön aus und macht natürlich auch die ganze unterwelt unterwasserwelt einfach interessanter na klar ruin und eine alte schule und so alles cool alles top aber die gesamte optik des außenareals zwischen den verschiedenen punkten die sind halt manchmal schon ein bisschen trostlos gewesen und so frischt das auf jeden fall auf und gibt natürlich auch die möglichkeit in späteren updates vielleicht neue materialien einzubauen also zum beispiel wenn man jetzt mal ein lover denkt könnte obsidian zum beispiel perlen oder verschiedene edelsteine diamanten sonst irgendwas da kann ja das ein oder andere auch neue element oder alt material erscheinen wenn dann halt die gegebenheiten passen also da ist denke ich viel luft nach oben da sehen wir auch nochmal hier die so ein bisschen neue korallenriffe sag ich mal ein bisschen optisch verfeinert auf jeden fall also da gibt's da ist definitiv luft nach oben und es ist auch schön dass sie das angehen weil in dem spiel ist ja die unterwasserwelt eigentlich genau das was jeder entdecken will umso schöner dass da dann halt was weiß ich ne ja so ein bisschen optik gemacht wird oder vielleicht auch später es würde ja auch so was piraterie ähnliches ne versunkene piratenschiffe oder ein goldschatz der den es zu heben gilt also da glaube ich ja gibt es unendliche möglichkeiten wir kommen zum nächsten neue gegenstände wir haben eine reihe neuer gegenstände hinzugefügt darunter große taucherluftflaschen fischernetze batterien waffendisplay bretter tragbarer reparaturwerkzeuge und sogar ein vogelfangnetz und da sehen wir auch hier schon auf dem bild hier hinten sehen wir dieses waffendisplay da wird sich der gute harle freuen weil der liebt das waffen oder rüstungen auszustellen und das so zu betrachten und da wird es sich auf jeden fall freuen wenn man da so ein paar ausrüstungszeile an der wand hängen kann sieht ja auch ganz cool aus hier unten wahrscheinlich das ist der vogelkäfig mit dem stock und den korb also ein klassischer fangmechanismus ich weiß natürlich nicht ich glaube die vögel die haben nur ein zwei fleisch was die abgeben wenn man die sonst aber mal gefangen hat vielleicht haben sie da auch noch was geändert federn oder sonst irgendwas keine ahnung was die dann noch an ressourcen geben könnte da ist natürlich auch der fantasie keine grenzen gesetzt hier auf dem bild sehen wir das portable repair tool also das tragbare reparaturwerkzeug und da sehen wir schon repair durability of full body armor also die komplette rüstung wird einmal wieder hergestellt mit diesem kleinen köfferchen das ist natürlich eine feine sache also sowas ist natürlich top da müsst ihr nicht immer den diese diesen diese wie heißt denn gleich diese schleifwerk bank oder diesen ambus oder was auch immer das das so richtig darstellen soll zum reparieren eurer ausrüstung mit schleifen und müsst ihn irgendwo in nähe stellen sondern habt halt gleich so ein kleines paketchen dabei wo halt einfach ja das im inventar machen können und auch die großen luftflaschen also sauerstoffflaschen für unterwasser ist eine feine sache denn da war es bei uns genauso man hat sich dann halt zwei drei solche flaschen ins inventar gepackt um halt tiefe gebiete zu erkunden aber gleichermaßen füllt natürlich das inventar also weniger loot ist natürlich so semi geil und da natürlich dann schön dass es dann größere flaschen noch gibt mit denen wir länger unter wasser bleiben können und wir sehen auch hier in diesem inventar der kollege der hat hier drei magazine da hinten ist ein griff da sind mehrere läufe also sind scope also das könnte schon richtig interessant werden vielleicht auch wie ein schalldämpfer links unten könnte irgendwie sowas sein und da sehen wir auch die batterien also hier ist mal so ein bisschen aufgelistet wie das dann auch bei euch aussehen könnte und das finde ich eigentlich auch ganz nett eine feine sache so dann kommen wir zu neue baustrukturen neue strukturen wie dächer dreieckige wände hallenwände diagonale wände und mehr hinzugefügt ich weiß gar nicht das bild zeigt jetzt noch mal den waffen ständer im internet aber ansonsten naja hier genau hier sehen wir die neuen teile sozusagen und da sehen wir auch diese dreieckigen wände oder diese bisschen verformten wände da könnt ihr noch ein bisschen besser eure basis ausbauen und nach euren wünschen gestalten das ist definitiv immer sehr schön denn es gibt ja leute die auch da ja sehr viel lust dran haben immer spezielle sachen nachzubauen oder halt ihre basis auf spezielle orten und weisen das weiß ich im asiatischen stil oder sonst was zu bauen und dann brauchst du natürlich auch die gewissen dachelemente um überhaupt so was hin zu bekommen also das ist natürlich immer gern gesehen du bist auch noch am start das nervt unter aufnahme schön ist es und da gucken wir uns noch einmal das hier an das bild und da sehen wir auch diese neuen strukturen im holz sozusagen wo ihr halt jetzt ja das ein bisschen anders bauen können feine sache ich glaube hier ist sogar eine leinwand auf dem bild gestellt ich weiß gar nicht ob wir die selber haben als als ausstellungsstück aber das ist eine andere geschichte der harle würde jetzt sagen na klar haben wir das oder ne haben wir nicht weil ja aber ist das hundertprozentig dann kommen wir zum nächsten die aktualisierte missionen wir haben mehrere missionen hinzugefügt die sich hauptsächlich auf den kampf konzentrieren um die action am laufen zu halten das ist immer was gutes im spiel ne also irgendwann hast du ja alle inseln abgeklappert und entweder hast du alle erledigt und dann ist halt vorbei ich meine dann sporen halt trotzdem diese piraten außer ihr stellt es natürlich aus die euch angreifen oder eure inseln angreifen und natürlich ist es keine schlechte sache wenn man dann halt was weiß ich eine spezielle insel der eisenhelme oder was weiß ich oder wie die hieß oder die mine angreift und dann halt einfach die entsprechende mission auch dazu ist dass man halt da gewisse sachen extra machen muss oder ernte so und so viel ist manchmal so ein bisschen nebensächlich dass man halt aber man hat trotzdem den anreiz wo man sagt okay das könnten wir als nächstes machen und so könnte man auch ungefähr einen spielfluss herstellen dass man halt sagt okay wir geben müsst es nicht machen aber wenn ihr die in die insel macht dann keine ordnung ist es wahrscheinlich erst mal leichter als die ganz große insel und hin und her also so könnte man das vielleicht ein bisschen aufteilen ist auf jeden fall eine gängige sache und zum spielspaß auf jeden fall sehr sehr gut es ist sehr gut für den spielspaß und für die langzeit motivation weil irgendwann wie gesagt weiß man abseits vom bauen dann natürlich auch nichts mehr zu tun ausgeglichene wirtschaft wir haben alle preise und starbegrößen der gegenstände überprüft um eine faire und ausgeglichene spielökonomie zu gewährleisten auch das ist eine feine sache denn oftmals sind ja viele also keine ordnung man kann in staubel eine flasche zum beispiel kann man nicht staubeln also zum beispiel eine taucherflasche und braucht dafür halt mehrere slots was ja an sich auch okay ist aber andere sachen kannst du halt was bei sich zu fünf oder zehn oder fünfzehnfach staubeln und wir hatten uns da oder ich glaube metall waren es fünf und dann haben sie es auf zehn erhöht und es wäre auf jeden fall schön wenn da generell die staubelgröße ein bisschen größer wäre dass man halt einfach auch so ein bisschen sein inventar voll knallen kann und nicht ständig zum boot zurück und 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 auslernen das definitiv und was die preise angeht das könnte vielleicht damit zusammenhängen zum beispiel wenn ihr diese fosern habt also diese ballistischen fosern mit denen habt ihr nicht viel gebraucht konntet zu dem händler gehen und konntet gefühlt den kompletten händler leerkaufen vielleicht wurde das mal ein bisschen im gegensatz jetzt zum beispiel zu kohle oder sonstigen sachen also manche ressourcen waren wirklich so überhaupt gar nichts wert und andere ressourcen waren so unfassbar wertvoll vielleicht wurde da ein bisschen was gedreht weil manches zeug fand ich also schön für uns dass wir uns da ein bisschen was einkaufen konnten aber theoretisch auch komisch dass diese preise und die verschiedene wertigkeiten ein bisschen eigenartig waren also vielleicht ganz gut dass da ein bisschen was gedreht worden ist finde ich auf alle fälle eine feine sache anpassungen bei waffen und gegnern erwarten sie änderungen beim waffenschaden gegnerschaden und gesundheit für ein spannenderes spielerlebnis da muss ich ganz ehrlich sagen mir ging es manchmal schon eher so dass die gegner also ich weiß nicht in welche richtung das geht das sagen sie hier ja nicht mir kommt es manchmal so vor als wenn die gegner ja die ki ein von gott gesegnete hand hatten und egal wo du bist die sehen dich auch durch den dicksten busch und irgendwie treffen sie dich auch dann immer gleich kritisch oder so dass es ganz schnell schwierig wird ähm also von meiner seite aus wäre es ganz gut wenn die kollegen vielleicht nicht immer hundertprozentig treffen äh gerade wenn die am anfang eure inseln angreifen und ihr die wellen nicht ausstellt dann überrennen die euch manchmal so extrem und geben euch so die mit zu voll dass ihr da eigentlich gar keine chance habt da irgendwas dagegen zu tun deswegen also von meiner seite aus lieber mal dass die kollegen nicht jeden treffer sitzt äh unter waffenschaden wie gesagt bei den gegnern ist auch von anfang an also erst kommen sie mit sperre und kurze zeit danach kommen die schon mit waffen und ballern euch weg äh schon hart ähm wenn man da nicht schnell dabei ist da ist die insel dem untergang geweiht so gefühlt außer erstellt halt dann die gegner aus ne das ist dann die einzige möglichkeit die ihr noch habt im nächsten update werden wir uns auf die verbesserungen des spätspiels konzentrieren danach werden wir die das erkundungserlebnis verbessern indem wir die unterwasser biome kontinuierlich verbessern mehr einzigartige orte zum erkunden einführen und zusätzliche missionen hinzufügen ja ähm also spätspiel äh late game sozusagen einfach das halt wie wir schon gesagt also wie ich gemeint habe ne dass ihr halt auch nach erkunden der insel noch ein bisschen was zu tun habt ganz klar für mich persönlich wäre sogar das erkundungserlebnis unterwasser biome das wichtigste der sache weil halt einfach das wasser und die unterwasser weil das interessante an dem spiel ist und das muss halt auch einfach interessant sein oder halt einfach einladen ne theoretisch kennst du da auch viele anspielungen machen ich weiß nicht wie weit sie da gehen oder was sie da machen wollen aber jetzt mal plump gesagt ne da liegt halt ein titanik ähnliches schiff ne ist halt ein eisberg daneben also oder ihr wisst was ich meine da könnte man theoretisch viele anspielungen machen und es gibt ja auch geschichtlich gesehen oder auch in anderen spielen da genug genüg was ist jetzt los da genug möglichkeiten und äh schon ideen die man ja da einbauen kann ne theoretisch kannst du mal eine unterwassermine zum beispiel machen dass du nur unterwasser materialien abbauen kannst brauchst halt dann genug luftflaschen äh dass du wirklich tauchen musst in ein unterwasser labyrinth ne oder oder unterwasser welt wie ne wie ein dungeon was du dann erkunden kannst unterhalb so ähnlich wie org äh mit diesen mit diesen sagen wir mal diesen nette diese höhlen die es so kunden gilt oder so ne also da könnte man theoretisch viel machen und äh ja zusätzliche mission natürlich wie gesagt da immer gern gesehen äh auch wenn sie manchmal sehr repetitiv sind dass man halt sagt okay jetzt such mal fünf stecke und hol mal zehn stein und ja mag manchmal nicht allzu interessant sein trotz alledem regt es ja dann auch an das ein oder andere zu tun um zu gucken was es denn mehr gibt oder noch andere missionen die es vielleicht zu entdecken gilt tja und das war's auch schon dafür äh für das ganze update ich wollte euch das natürlich nicht oder wir wollten euch das nicht vorenthalten gerade weil man halt bei den bildern jetzt auch mal so ein bisschen den eindruck hat von den ganzen sachen natürlich auch wie gesagt einige neue sachen sieht und natürlich auch die rezepte und auch die waffenteile also denke ich für den ein oder anderen der sich darauf freut interessant zu sehen was ich da getan hat tja und wenn es für euch interessant und lehrreich war lehrer klunker wisst bescheid dann lasst uns doch gerne wissen in form eines likes abos auf dem kanal oder einen kommentar was für euch natürlich sehr wichtig ist was für euch von den ganzen sachen äh ja nicht wichtig ist oder was ihr euch gewünscht hättet schreibt es einfach mal rein wir reden gern mit euch und äh ja wir sehen uns wieder entweder beim nächsten update news video oder dann in sankt länd bis dahin ciao leute